hi schön dass du da bist wir schauen uns heute an ob ein android wie ein scanner sinnvoll ist oder nicht sinnvoll zudem schauen wir uns noch andere fragen an die zu dem thema passen und ja ich wünsche dir mega viel spaß also let's go gut erste frage wieso überhaupt ein wie ein scanner denn google oder android hat schon einen eigenen wie ein scanner den google play protect was ist mit dem ja dieser google play protect erkennt eben nur 60 prozent aller viren so ungefähr und 40 prozent werden eben durch gelassen ist aber auch nicht allzu schlimm denn jetzt kommen wir zur frage ist es sinnvoll oder nicht es kommt darauf an was du für nutzer bist bist du ein nutzer der nur apps aus dem play store herunterlädt oder bist du ein nutzer der aus dem internet veränderte apps also so genannte unbekannte quellen apps herunterlädt dann ist ein viren scanner ein extra viren scanner auf jeden fall sinnvoll also da reicht der play protect nicht aus denn er erkennt wie gesagt nur 60 prozent und 40 prozent der apps aus dem internet oder halt außen unbekannten quellen werden nicht erkannt genau deswegen hast du hier jetzt schon mal deine erste frage beantwortet wobei du jetzt aber hier auch aufpassen musst und zwar gibt es auch viele fake viren scanner im play store diese viren scanner sind ungefähr so 130 könnten sein dass es jetzt mehr oder weniger sind die sind auf jeden fall nicht so gut warum sind die nicht gut weil viele davon einfach gar nicht scannen oder nichts machen und nur deine daten sammeln und dein system langsamer machen und so tun als wären sie wie ein scanner genau und jetzt hier nochmal grob zusammengefasst was muss ein android viren scanner können natürlich muss viren finden und löschen können er darf dein system nicht langsamer machen und er sollte keine oder möglichst wenig fehlalarme haben genau darauf ist zu achten wenn du dir einen aussuchst und jetzt kommen wir zur nächsten frage wie kannst du dich schützen wenn du jetzt kein geld ausgeben willst und trotzdem unbekannte apps herunterladen willst dafür gibt es auch kostenlose viren scanner softwurst mobile security wäre für dich da eine option oder abwasst mobile security free wäre da auch eine option wenn du jetzt schon ein bien scanner für windows oder sowas hast wie bit defender oder was oft sind hier auch kosten also nicht kostenlos aber oft sind hier auch versionen dabei die du am handy auch installieren kannst also lizenzen also du kaufst ein bit defender pc hast dann aber auch die möglichkeit bin bit defender am handy zu verwenden und dich somit zu schützen genau wenn du jetzt eben wie gesagt kostenlos gibt es auch optionen genau hier wichtig auch habe ich jetzt schon öfter gesehen leider schade vielleicht ist es auch logisch doppelt hält besser von dem spruch her in diesem fall ist es nicht so also wie ein scanner auf einem pc oder handy zwei verschiedene zu installieren hält nicht besser da die sich gegenseitig stören und so dein system langsamer machen oder es zu fehlern kommt der play protect ist hier ausgeschlossen der läuft immer auf deinem android egal was du machst aber bitte installiert es nicht zwei so kaspersky und bit defender sowas stört sich auf jeden fall genau und jetzt hier auch noch mal so was ist eigentlich mit apple wieso hat ios oder iphones wieso brauchen die kann wir es gerne oder gibt es da keine wir uns gerne ja wie schon gesagt habe sie brauchen keinen da apple ein eigenes system ist also ein geschlossenes system besser gesagt und die erlauben auch nur dass man apps vom app store runter lädt und nicht aus dem internet wo irgendwelche leute irgendwas programmieren können ohne dass irgendwas überprüft wird deswegen braucht apple hier kein play store natürlich ist dadurch aber auch die möglichkeit coole angepasste apps zu installieren weg bei apple genau das hat man eben bei android genau dann fasse ich noch mal kurz zusammen also android hat standardmäßig play protect schon installiert wie ein scanner sind nicht für alle nötig eben nur für leute die unbekannte apps herunterladen vorsicht vor fake apps im play store also installiert auf jeden fall ein big player sowas wie hier keine ahnung avira die man halt so kennt awast kaspersky und so weiter bit defender was muss ein virenscanner können ja er muss auch überwiegend halt viren finden eine gute erkennungsrate und dein system nicht allzu langsam machen und keine fake meldungen dann reicht kostenloser wie reicht ein kostenloser virenscanner aus ja auf jeden fall natürlich wenn du geld ausgibst kriegst du einen besseren schutz aber im normalfall reichen wir kostenloser virenscanner besser als nichts kriegst halt eventuell immer werbung aber damit muss heute leben wenn du kostenlos hast doppelt hält nicht besser zumindest bei dem virenscanner also immer nur eine marke installieren eine firma und warum ist iphone kein thema oder hat kein problem mit viren da es eben ein geschlossenes system ist ansonsten war es das von dem video ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen tag bleibt sicher be part of it und wir sehen uns im nächsten video macht's gut peace